Hier sind wir die 105, ein dinken Hengstfohlen aus der Ariana. Von Kormind, Casal, Kapitol 1, Züchtungsbesitzer Klaus Tiedemann, hier dieses dinken Hengstfohlen am 19. Mai geboren. Dinken, Kormind, Casal, Kapitol, die 105. Dinken. Das ist eine große Herausforderung. Ja, das ist die zweite, ne? Dann fällt es auf. Probier das jedes Mal wieder. Lass laufen und gucken, dass du fertig bist. Dann merkst du extra, damit du was zu feiern hast. Die Sprecher schreit. Lass laufen und gucken, dass du das in der Mitte. Dann fern sie wieder. Dann fern sie wieder. Dann fern sie wieder. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auch dieses Hohen wurde prämiert. Untertitelung. BR 2018